Frankreich im Autowaschfieber. Man glaubt es gar nicht, was die Franzosen zur Zeit Autopflege hatten. Die hatten früher alles nicht im Sinn. Jetzt wird die Mutti mitgewaschen, jawoll. Wird die Mutti mitgewaschen. Tja, dumm gelaufen, hä? Oh meia, die will auch den Lack runterholen, ne? Der erste Lack ist er, der erste Lack ist er. Der erste Lack ist er, der erste Lack ist er, der erste Lack ist er. Die Tochter wäscht Auto. So wird das nix, Mutti. So wird das nix. Der erste Lack ist er, der erste Lack ist er. Jetzt kannst du noch ein paar Münzen nachwerfen mit dem Tempo. Der erste Lack ist er. Guck mal, wie die die Lanze hält, hä? Zum Lächeln. Jetzt zeigt die Mutti mal, wie es geht. Genau. Noch näher ran. Dann ist der Klallack gleich runter. Die Mutti, ah, die kann das, hä? Komm mal her, Tochter. Ich zeig dir jetzt, wie es geht. Drei Minuten. Drei Minuten. Drei Minuten. Der erste Lack ist er, der erste Lack ist er. Und ich dachte, breh mal eben Auto waschen. Ganz Frankreich. Ich meine, der Typ wird sich immer freuen, wo die Waschanlage hält. Für, wenn es im Sahara stoppt, rund das Ekel, da freut er sich. Mutti, da hast du was vergessen, da fehlt noch eine Ecke. Ja, ich weiß, Tochter. Ach ja. Ich weiß nicht, was wir machen. Tüdel, tüdel, tüdel. Ah, der Belgier mit seinem orangefarbenen Bomfrittl. Da Mutti, da musst du mal sauber machen. Genau, richtig rangehen. Bis in die Fugen. Eieieiei. So, scheiße, jetzt ist schon das Wasser weg. Jetzt wirft sie noch eine Münze nach. Mensch, die ruinieren sich. Da müsst ihr mit System ran, Frauen. Fünf Minuten 15, jetzt findet sie kein Kleingeld. Jetzt findet Mutti kein Kleingeld. Ah, Mutti, kram noch länger drin rum. Hättest du doch eine Kreditkarte genommen. Ja, ja, jetzt wo ist das verdammte Kleingeld? Was nehmen wir jetzt noch als Programm? Hochglanz. Hochglanz. Ja, Madame nimmt jetzt Hochglanz. Ne, was hat Madame genommen? Was hat sie denn jetzt genommen? Ah, jetzt hat sie Wasser genommen ohne Kalk drin. Ja, Töchterchen, mit einer Hand geht's besser. Mutti, du stehst im Bild. Eieieiei. Eieiei, jetzt sind wir schon bei 6 Minuten noch was. Und die Karte scheint auch noch nicht sauber zu sein. Ja, so geht das. Ja, der ist schön staubig. Kannst du gerade noch mal weiter waschen, Mutti. So, was wollen wir jetzt noch? Mir wird langsam warm ums Herz. So, fertig, Feierabend. Hat sie gut gemacht, die Tochter. 7 Minuten 25. Hurra!